willkommen zurück zu einer weiteren folge fortnite hier auf meinem kanal süchen ja direkt nach der letzten folge beginne ich eine neue wie man sicherlich mitkommt ich nehme immer so viel stück 45 folgen am stück auf also nicht wundern dass sie immer noch sieben stunden für phase 2 und so steht das ist ja genau ansonsten haben wir eigentlich nichts mehr fünf sternchen brauche ich aber hier sieben hier acht hier sieben und dann bin ich irgendwann mal hier unten angekommen level 90 muss ich sein damit das frei wird ich bin level 86 krieg ich hin da kommen schränke ich waren mit suchen ihr wisst ihr ich lege nicht so viel wert auf sieg ich mache eher aufgaben für xp ich weiß mit kills und so weiter kriegt man auch xp ja genau mehr fällt mir dazu nicht ein jo ach komm man joint in der lobby und wird von irgendwelchen idioten wieder abgeschossen darauf gibt es erstmal einen kaffee apropos kaffee prösterle ich gönne mir auch einen schluck schön eiskalten latte macchiato am frühmorgen beste sage mal du dreckige blaue wichs banane du hast mich vorhin gekillt das kannst du doch geben antun nächstes mal lässt du mich dich kill und abonniere meinen youtube-channel so ohhhh predator geil ähm aufgabe verkaufsautomaten mach mal noch vier mal einkaufen gehen wo gehen wir hin wo gehen wir hin wo verschlägt uns der bus sind bedanken brauche ich mich eigentlich gar nicht mehr beim busfahrrad denn die 20 fahrer war ich komplett durch ich markiere mir einfach gar nix ich ähm ja raus ich würde gern zur villa wollen aber ich kann mir gut vorstellen dass dort welche landen komm ich muss mehr 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 tiefste pump nice villa landet keiner geil ähm ähm okay j . das war aber noch nicht fertig. Was hätten die eigentlich hier beim Looten zu stören? naja ich habe im haus noch eine kiste gehört gerade nice nice. Alter ich habe noch... was? 10 Schuss? ja ne hör mal auf alter leck mich fett war das knapp 1 2 1 2 2 3 4 5 5 6 blau oder lieder schrotze wäre jetzt noch babamäßig aber erstmal schrotzen wohl nicht schön komm wir nehmen die einfach mal mit wenn die übelste rotz ist in meinen augen ja was machen wir jetzt wo muss man hin nirgendwo hin wo sind wir überhaupt dort da unten war jemand hat die kiste aber sein gelassen okay was war die baumspitze ich dachte schon ja man sieht sich spiel halt wirklich vorsichtig aber wenn dann welche da sind ich gehe auch drauf also so ist es nicht das ist es nicht so gut ihr könnt mir ja gerne in die kommentare schreiben wie eure hotbar unten mal aussieht was habt ihr in der leiste drinnen an waffen das war auf jeden fall noch bots was für heilzeug nehmt ihr mit und 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 könnt ihr mir alles gerne in die kommentare schreiben vielleicht werde ich dann ein bisschen besser ja im grunde könnte ich jetzt komplett abwarten bis hier und so noch sich einer bei mir zeigt so kann man auch überleben das leben nur noch 25 spieler nice nice ich bin halt immer noch in der zone hier unten war jemand da ist nämlich die tür offen da hast du verkaufstautomat mit einer hässlichen schrotz abgebildet ok ok ich habe ein panzer schießen gehört ich habe doch einen panzer gehört hallo lässt du mich ok da oben ist geschossen worden da hinten wird aber auch geschossen da hinten wird aber auch geschossen wo genau hat der jetzt geschossen wo genau hat der jetzt geschossen ich muss mal ganz kurz zum automat wo war denn der wo war denn der ach da ähm aufgabe erledigt ich dachte schon gerade einen hier lang fliegen ne dem war doch nicht so schuldigung 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 es ach es schuldigung schuldigung schuldig Der ist doch dort irgendwo. Komm, ich weiß, wir werden gleich aufeinandertreffen. Wo bist du, mein Freundchen? Ist das ihm? Okay. 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 So macht man das. Okay. 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 Das war's. Ok, im Auto ist keiner, im Glück ist auch keiner. Ok, im Auto ist keiner. Es gibt nur noch drei. Ich bin einer davon. Scheiße, aber zweiter geworden. GG. GG an dich. Zweiter Platz, was will ich mehr? Ich bin happy und zufrieden. Auch wenn mir die Platzierung eigentlich scheißegal ist. Aber ihr seht, auf Nummer sicher gehen. Lohnt sich, zahlt sich aus. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt uns spannend. Genießt den Tag und bye bye.